willkommen zurück zu einer neuen folge rayman legends wir spielen mit rayman auf der playstation spiel auf der playstation 4 tot oder torte los geht's alles klar wohin okay wir wissen schon wieder ein bisschen was hier wird anscheinend viel gefressen los geht's los geht's los geht's gleich ist der weg frei kommt er auf mich zu nein und da muss man ja narrisch schnell sein ja und jetzt aha klipp klapp und platt ist der bursche weiter geht's noch ein paar schläge dazu radieschen rausgezogen und mit anlauf und großen sprung geht's weiter kick weg damit weiter ist ja ein jump and run das wollen wir jetzt mal durchziehen oder wir jumpen und rennen ok wo bringt er uns eigentlich dahin wollen wir dann nochmal nachgucken klappt das irgendwo ein geheimgang ja sehr gut also hier müssen wir so wie es ausschaut fußball spielen und wir gleich mal runtergefallen nächster versuch wir befinden uns im jahr das bedeutet wir sind einfach nur hier ein paar gute tore schießen der ball ist heiß der ball ist heiß und wir haben getroffen 1 zu 0 für uns herzl gibt und zurück ok da läuft der fresskäfer der fresswurm und gleich dadurch bis ausschaut haben wir gerade mal glück gehabt und doppelt glück und hier geht es weiter wie geht es weiter ist da gar nichts zu um gottes willen jetzt immer geplatzt jetzt immer geplatzt ok hier müssen wir schnell durch jetzt kommt dieser riesen wurm gleich vielleicht sind wir schneller wie der ich weiß nicht ja da frisst sich den weg frei da hätte man gar nicht durchgemust du schaffst nein und runter gefallen kein problem da oben habe ich eh was gesehen wo ich noch mal reinhüpfen wollte na was los mit mir und oh gott also kurz kurze konzentration wieder und jetzt einmal zweimal und das war schon wieder nichts und sprung jetzt kommt gleich der große ich bleibe da oben ich bleibe da oben sehr gut ist aber geschafft ah und wie komme ich da hoch da komme ich jetzt gar nicht hoch oder nee da komme ich nicht noch vielleicht nachher irgendwie dann lassen wir uns einmal einsaugen ja sehr gut tot oder torte wo sind er für ein riese sehr gut gleich mal daneben gesprungen weniger arbeit für uns ok alles klar hier ist schon wieder jetzt kommt gleich der riese weg da müssen wir vielleicht später noch mal hin im moment müsste ich nicht wieder rauf kommen halt radieschen rausziehen ok da entlang da entlang da entlang sprung soll man da mal runter hüpfen ist da was unten nein da ist natürlich nicht scheiße neuer versuch und sagt da lang sagt da lang und was los warum kriegst nicht hin ich weiß es auch nicht neuer versuch zack radieschen plopp ne ist gar kein radieschen nein was ist los was ist los ich verkack's hier ja voll ok neuer versuch jetzt mit voller konzentration darunter radieschen raus wo kein radieschen drin ist wir hüpfen zurück warten bis dieser gruselige wurm durch ist und hopp und hopp unseren kleinlingen freund befreit dann platz sich an diesem schissenen wurm ok noch mal wenn ich noch mal ich habe eine bessere idee und zwar wir springen darauf und ignorieren das einfach mal weil sonst kommen wir nie mehr wieder voran ich wollte ja hier ein super spiel hinlegen und ich bin ja nur am kaputt gehen so achtung wurmalarm kann er darauf laufen erst sehr gut und jawohl ok es ist ja fies dass man immer so dagegen rutscht ok achtung da holen wir uns jetzt gleich unser herzsal wieder sehr gut dürfen wir einmal das versauen dem wurm hinterher jawohl nur nicht an den wurm mit ran aber an denen das passt noch ein paar lume befreit ich passt ein bisschen zu schlecht auf ok wo sind wir wieder hier und achtung schaffe ich das noch jetzt extra herz eingesackelt und jetzt achtung dem wurm hinterher und weiter geht's und weiter geht's den zahm hauen die unsere lume freunde befreien soll es nur gucken im richtigen timing schafft man das achtung jetzt kommt der wurm nein ei 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 ich will da erst drauf springen wenn der gehen wenn ich ihn sehe und ich habe es leider nicht geschafft dann müssen wir das einfach mal schön ignorieren ich fühle mich so als kleiner raime noch gar nicht so wohl ist immer so ein bisschen so ein ungutes gefühl hier und sprung aufpassen okay das noch ein lume jetzt müssen wir hier wie läuft es ziff fix vom timing war es doch so gut und trotzdem noch ein herz eingebüßt wie ist das hier achtung viele viele zacken aha ok nehmen wir schon mal anlauf ach schade noch mal noch mal da gibt es noch ein herz komm ich da dran hammer sprung und zack 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 das hammer jetzt kommt gleich der riesenwurm mit dem richtigen timing könnte man sogar da runterspringen das ist so ein herz das lassen wir machen wir so achtung aufpassen wo sind die die fresswürmer hier ist wieder einer da ist wieder einer und wie geht es weiter aha die bahn ist frei aber da muss man ganz viel x und okay das ist schon noch cool wenn wir das bekommen würden hier hammer perfekt sprung auf vielleicht kommen wir in unsere lume dran achte nö normal dann spielen wir hier weiter die musik ändert sich ein nächster abschnitt beginnt okay achtung aufgepasst 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 es dreht sich alles im kreis wie kann ich denn an die lume dran kommen nur mit dieser flugaktion aber ich traue mich das nicht oder kann man auch zwei herzen mitnehmen das weiß ich gar nicht okay wir probieren es mal aus wir müssen glaube ich da runter denn hier ist das ende des levels erreicht man traut sich fast gar nicht ja hier ist gutes timing gefragt das stimmt das schauen wir mal wie wir das hinbekommen oh weh oh weh oh weh und kick okay 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 ganz gemütlich ganz gemütlich geht gar nicht es ist schwer es ist schwer achtung und plopp hammer den burschen so oi 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 hab ich das geschafft hab ich das geschafft ja ich hab's geschafft wie cool es war mehr glück als können sehr gut ach nee das geht da unten schon wieder so weiter das finde ich unsympathisch okay wie läuft es beide nach unten ja dann springen wir hinterher wenn beide runter sind oder achtung doch gott 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 okay das scheinen wir geschafft haben da ist der böse zauberer und jetzt muss man richtig hinterher rennen leute jetzt ist richtig in deren achtung okay vielleicht doch nicht so richtig schnell was ist denn jetzt okay kurz mal das bild hängen geblieben okay ja das wieder diese zackige musik die einen verleitet so zu rasen aber wir müssen sogar direkt rasen weil uns sonst der bildschirmrand frisst oh weh das ist schwer hier ich renne ja schon noch mal okay 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 oh weh da brauchst du timings achtung der bildschirmrand kommt er kommt näher er kommt näher er kommt näher oh nein ich war schon wir waren fast am ausgang aber ich drehe durch ich krieg'n tobsuchtsanfall das lief doch grad so cool Achtung 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 Acht Leute, ich hocke hier vor dem Kasten Bin schon am schwitzen Jawoll Jetzt gibt es ein Herzl, oder? Und ein Drückerli Oh, dürfen wir noch was machen? Oh, der ist narrisch, der Zauberer Ja, aber, aber Sehr gut Wir lassen uns hochleben und feiern Und haben damit dieses wunderbare Level Tod oder Torte Doch einigermaßen gut noch bestritten Freut mich, dass ihr reingeklickt habt Wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben geben Oder euch vielleicht gleich direkt die nächste Folge reinziehen Vielen Dank, bis später Ciao